Ja, ich weiß es von Ludwig August Tinsson. Seine Instagram-Follower sind nach der Europameisterschaft in die Höhe geschossen. Natürlich blicken viele Menschen auf die WM in Russland. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich möchte eine großartige WM spielen. Welcher Spieler will das nicht? Jeder kann sich dort ein Bild von den Spielern machen, sich über die Qualitäten des jeden Einzelnen überzeugen. Aber ich verspüre keinen Druck. Wir hatten Druck, uns erstmal für die WM zu qualifizieren. Die WM steht nun vor der Tür, sie ist warm. Ich habe keinen Druck in Bezug auf meine Person, was in Zukunft passiert. Ich fühle keine Pressure über meine Situation. Ja, natürlich ist das Weltcup ein großes Fenster, um sich zu zeigen. Klar ist die WM eine gute Plattform, sich zu zeigen. Wenn du da bist, gut spielst, dann ist natürlich das Interesse an deiner Person groß. Aber was ich sagen kann, ich bin glücklich bei Werder. Die WM ist eine Bühne, auf der man sich zeigen kann, ich weiß, dass es Interesse an meiner Person gibt. Aber ich habe nicht den Plan, Werder nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. Ich möchte erstmal eine gute WM spielen und diese auch genießen. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung in meinem Leben. Ja, das wird die Erfahrung in meinem Leben, ich hoffe.